Also die Vorbereitung war zehn Wochen und die ersten drei Wochen war ich krank und habe danach viel aufholen müssen, aber ich bin in Top Form. Ich kenne ihn von vielen Wettkämpfen, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Ich habe viele Videos gesehen. Ich weiß, was er kann. Er kann vieles gut. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich in Russland war. Das sind unzählige Male, ganz oft. Ich liebe Russland. Ich weiß nicht wieso. Ich denke, dass ich in früheren Leben vielleicht mal ein Russe war. Das weiß ich nicht. Für mich ist es immer ein Abenteuer. Ich versuche jede Chance zu nutzen, nach Russland zu kommen.